Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind mal wieder auf dem Testserver unterwegs. Let's test 9.17.1 steht zum öffentlichen Test. Frei und ja, was ändert sich? Ich bin ja nicht so der Fan von Kleinigkeiten, daher die wichtigsten Sachen werde ich euch zeigen. Den Rest könnt ihr euch sehr gut über die Wargaming-Seite World of Tanks EU auch selber anschauen. Es wird deutliche Änderungen geben, weil es kommt ein dritter Heavy-Strang bei den Deutschen rein. Der ganze Forschungsbaum dort wird ein bisschen, was die Heavies angeht, hin und her getauscht. Ob ich das gut finde, ich weiß es nicht, beziehungsweise, ja, für mich ist es ein bisschen blöd, weil ich habe eine Maus und Wargaming schenkt mir zwar den VK1001P und das Mäuschen, als, sag ich mal, ich habe sie schon erforscht, müsste sie mir nur noch kaufen. Trotzdem müsste ich dann mein, ja, All-Time-nicht-so-Favorite, beziehungsweise, ja, es ist sehr schwierig zu spielen oder anders zu spielen, VK4502B, neu holen, um auf den nun PZ-Kampfwagen 7 zu kommen, der ehemalige VK7201P. Der bekannt geworden ist damals über die CW-Kampagne als sogenannter Fail-Löwe, weil er praktisch wie so eine kleine, ja, nicht Missgeburt, aber eine Mischung aus VK4502B und Löwe so aussieht. Was ändert sich aber noch? Es ändert sich noch was bei den Japanern. Die japanischen Heavy-Tanks Stufe 9, 10, der Type 4 Heavy und der Type 5 Heavy. Die bekommen eine HE-Gun, damit sie sich besser wehren können. Die Gründung ist von Wargaming wortwörtlich, mit ihrer Mobilität unterliegen sie ihren gleichstufigen Gegenstücken und können sich im Kampf kaum beweisen. Das wird aber nicht mehr lange so bleiben. Bekanntermaßen sind Sprenggranaten und Geschütze das Markenzeichen der japanischen schweren Panzer der Stufe 5 bis 8. Daher sollen Type 4 und Type 5 schwer diese auch bekommen. Tja, werden wir einfach mal drauf, das werde ich gerne testen mit dem 10er und bei den Amerikanern ist auch was. Da ist es so, dass der T28-Prot und der T28 und die Schildkröte, der T95, jeweils 8er und 9er TDs der Amerikaner, werden in ihrer Mobilität gebufft, damit sie besser in dem schnellen Gameplay, in den dynamischen Gefechten besser klarkommen und man sie besser spielen kann. Es gibt schon Leute, die den T95 vorher geliebt haben. Ich glaube, sie werden ihn jetzt noch mehr mögen. Ich habe ihn noch nie gespielt, aber ich glaube, jetzt wird es mir das einfacher machen. Also, was ändert sich noch? Balance-Optimierung, ja, T110E5, Grille 15, T34-85M, Centurion MK1, Centurion MK7 Eintel, FV4202. Diese Fahrzeuge bekommen ein neues Balancing, also werden neu ausbalanciert. Also, wobei auch viele gesagt haben oder Angst hatten, Grille 15, da kommt wieder so ein Nerf, so ein Extremer, aber das ist gar nicht so. Also, das Beispiel bei der Grille 15, Änderung an der Motorleistung, Rückwärtsgeschwindigkeit und unter anderem Höhenrichtwinkel sollen den Jagdpanzeraspekt der Grille in den Vordergrund rücken, während der verringerte Schaden pro Minute ihre Gefechtseffizienz auf die gleiche Höhe mit den Fahrzeugen der gleichen Stufe rückt. Also, ja, es ist immer noch ein sehr mobiler TD, aber es soll die Leute dazu animieren, das gefährt, mehr als TD zu fahren. Was ich mich bei sowas immer frage, ist, wieso es den Leuten von Wargaming immer erst später auffällt, beziehungsweise es ist ein, auf eine Art beteuern sie, sie versuchen es immer realistisch wie möglich zu halten, auf der anderen gleichen sie es doch sehr dem Spiel an und dem Gameplay, was sich aus den jeweiligen Spielern und ihrer Art zu spielen ergibt. Gut, ist halt so, ist ein Spiel. Verbesserung am Schadenprotokoll, wir bauen weiterhin nützliche Elemente aus beliebten Mods von Drittanbietern ein, dieses Mal erhält die Benutzeroberfläche ein ausführliches Protokoll für erlittenen Schaden und so weiter und so fort. Dazu gehören Bänder für Schadensmengen, Granattyp, kritische Treffer sowie Namen und Typ des Fahrzeugs, das euch getroffen hat. Finde ich gut, dass Wargaming weiter immer mehr reinbaut von den Mods, dass man immer weniger Mods braucht. Leider dauert mir das alle zu lange. Also, die Modder sind echt coole Leute, die machen das alle umsonst und die haben das schon vor Jahren hingekriegt. Und jetzt fängt Wargaming an. Klar, die müssen sicherstellen, dass das mit ihrem kompletten Spiel funktioniert. Das mussten die Modder vorher aber auch. Und es funktioniert. Fahrzeugvergleich, das wird auch cool. Dort kann man dann in Zukunft nicht nur die Fahrzeuge vergleichen. In-Game, man hat sogar die Option, Fertigkeiten und alles anzugeben und damit wirklich zu gucken, wie sind die wirklich High-End mit Waffenbrüdern oder sonst irgendwo was. Und der nächste Hammer, eigentlich ist doch ein... Ich merke gerade, es ist doch ein bisschen viel, was da kommt eigentlich. Weil, wenn man jetzt mal guckt, das sind schon grundlegende Sachen, die dort geändert werden. Gerade die neuen Panzer, beziehungsweise die abgeänderten Panzer. Und jetzt kommt nochmal die Optimierung von dem Festungsmodus, Schrägstrich Bollwerk. Da wird wirklich komplett alles so ein bisschen geändert. Weil es doch einfach der Fall war, dass Bollwerk, seitdem sie... Sie haben es irgendwann sich dazu entschieden, Bollwerk so ein bisschen mit der CW-Karte zu kombinieren. Dass man dort auch die Ruhmespunkte kriegt und all so ein Kram. Und das ist nachher ab einer höheren Stufe nur noch mit dem ganzen Angreifen und Verteidigen so gewesen, dass die großen Clans sich die Schwachen rausgepickt haben. Und da hat dieser Modus ganz schnell seine Attraktivität verloren. Das wird jetzt alles umgeworfen. Man kann gleich alle Linien entwickeln. Man verliert keine Ressourcen mehr. Man wird animiert und kann das besser alles hochleveln bis zur Max-Stufe 10 und dann die jeweiligen großen Reserven für den Clan freischalten. Also ich bin da sehr gespannt drauf, wie sich das Ganze entwickelt. Ich kann natürlich jetzt nicht den Bollwerk-Modus... Das hätten sie immer machen sollen. So wie sie im öffentlichen Test euch ja... Sag ich ja immer, holt euch den, weil ihr bekommt 100 Millionen Credits, ihr bekommt 100 Millionen freie Erfahrung und ihr bekommt 20.000 Gold. Das heißt, in diesem Testmodus könnt ihr euch ein Premium-Fahrzeug kaufen, mit dem ihr vielleicht liebäugelt und testen, wie gut kann ich damit um, wie gut ist es. Und ihr könnt euch Panzer erforschen und testen, auf die ihr vielleicht hinarbeitet. Und da hätten die echt auch im Bollwerks-Modus einen ganzen Schlag voller Industrieressourcen einfach hinwerfen müssen, damit man das mal komplett testen kann. Einfach mal, um sich das anzuschauen. Weil ich weiß nicht... Sehr selten habe ich es erlebt, dass komplette Clans auf den Test-Server gehen. Weil Bollwerk-Gefechte, weiß ich nicht, ob die auf den Test-Server gefahren werden. Aber es wird sich dort sehr viel tun. Nebenbei wieder Toneffekte. Die werden... Das ganze System wird jetzt vereinfacht, damit man... Oder verbessert, dass die Modder das besser nutzen können. Die Audio-Dateien stehen den Moddern dann frei zur Verfügung. Das finde ich gut. Da wird sich dann vielleicht... Das wird den Moddern das einfacher machen. Und ich hoffe, dass Bruce Willis, mein Bruce, immer schön dabei bleibt. Dass ich ihn dann auch wieder habe. Und es werden Minikarten überarbeitet. Das kennt ihr schon mittlerweile. Wir haben... Overlord, Stalingrad, Heiligestal und Folgerbogen. Beziehungsweise noch das Übungsgelände, was ja die Map ist, wo ihr... Ja, ein bisschen üben könnt. Da wird die Minimap natürlich auch geändert. Gut. Ja. Fand ich jetzt nicht unübersichtlich. Aber wenn man schon die Minimaps ändert, dann macht man es alles komplett. Gut. Wir nehmen einfach mal ein Spiel rein. Ich bin mit dem Painhawk aus dem DX-Clan hier mit dem Alex. Kannst du ja kurz Hallo sagen? Ja. Hab jetzt ein bisschen viel erzählt, aber das muss einfach sein, damit die Leute ein bisschen sehen, was passiert. In meiner Garage seht ihr schon den Panzerkampfwagen 7. Ich hab mir die alle schon mal, ich hab da schon mal was vorbereitet. Ich hab die mir da schon mal alle reingestellt. Den T95, weil ich halt sehen will, finde ich den immer noch sehr langsam oder nicht. Und den Type 5 Heavy von den Japanern, um auch mal die neue HE-Gun auszuprobieren. Beim T95 habe ich schon mal ein bisschen geguckt. Der ist ja momentan, Stand heute, im Spiel mit einer Höchstgeschwindigkeit 13 und 6. Also 13 vorwärts, kmh 6 rückwärts. Und wenn wir ins Spiel reingucken, da hab ich schon mal reingeschnuppert, da seht ihr es 20 und 10. Ich weiß nicht, inwiefern sich das ausübt, auswirkt auf den T95. Er soll natürlich immer noch ein langsamer TD sein. Das wär jetzt, ja, total strange, wenn sie daraus irgendwie so ein Rennsemmel auf einmal machen. Und 7 kmh hört sich nicht viel an, kann aber viel sein. Also das werden wir dann nachher gleich testen. Und 4 kmh rückwärts mehr soll halt mobiler sein. Das ist jetzt das Beispiel vom T95. T28, Prod, T28, die werden ähnlich weit gebufft. Und ich könnte euch, oder ich werde einfach mal, die ganzen TDs hier mal reinstellen, weil da bei denen ist es jetzt wirklich mal interessant, wenn man da das einfach mal sieht. Ich werde mir die jetzt nicht extra kaufen, aber für die unter euch, die sagen, hey, das würde mich mal interessieren. Gerade die, die ihn jetzt auch besitzen, gucken wir uns das einfach ganz in Ruhe an. Hier habt ihr jetzt, und das ist das Geile, Alex, kannst du es ja vielleicht bei dir auch mal ausprobieren. Hast du mal probiert, über den Vergleichsmodus, den mittlerweile Wargaming selber anbietet, in deiner Garage Fahrzeuge zu vergleichen? Ja, hab ich. Gut. Und da ist es jetzt so, dass wenn du da rauf gehst, hast du jetzt configure, dass praktisch, dass du die konfigurieren kannst. Und dementsprechend könntest du jetzt alle möglichen Fertigkeiten und Module ausprobieren, reinbauen, rausbauen, um zu gucken, wie wirkt sich das auf das Fahrzeug halt aus. Es ist mal ganz interessant, das zu sehen, dass es manchmal gar nicht so viel bringt, manchmal doch mehr, als man denkt. Kommt natürlich aufs Fahrzeug drauf an, wenn ich jetzt gucke, dass ich jetzt Geländespezialist und Meister am Bremshebel reinmache, bringt mir jeweils ein Punkt mehr Mobilität. Ist jetzt nicht so viel, aber es ist ein T95, das darf man nicht vergessen. Und somit kann man dann halt auch mal bei den Jungs gucken. Ich drücke hier einfach alles Wichtige mal rein. Hier wollen wir natürlich das Beste haben. Was soll's? Zack, zack. Genau. Und hier haben wir, ah, geil, Lüftung machen wir rein. Das müsste dann, achso. Tarnung wollen wir auch. Das finde ich cool, dass du wirklich jetzt alles einzeln so reinhauen kannst, um dann zu testen, wie wirkt sich das auf das Fahrzeug aus. Lüftung oder Waffenrichtantrieb, gut, das kann man dann selber auch austesten. Ihr sollt jetzt einfach mal sehen, wie das aussieht. Gut, das hat wahrscheinlich keine Auswirkung, deswegen bei den Repair Kits. Ich gehe nicht davon aus, dass jeder das mit dem Oktan fährt oder mit sonst was, daher lasse ich das erstmal soweit frei. Und dann seht ihr praktisch Mobilität auch, gut, an der Geschwindigkeit ändert es ja nicht, darum die ganzen Sachen jetzt, du kannst ja nicht die Geschwindigkeit des Panzers dadurch pushen. 100% Crew, 75% Crew, 50% Crew. Ist auch cool, dass sie das ermöglichen. Auf alle Fälle Topspeed beim T28 ist 22 und 10. Da müsste man dann nachher natürlich gucken, wenn man den selber in der Garage hat, wie sind die momentanen Werte. Beim Brot haben wir dann 28 und 10. Der ist etwas zügiger und hat einen Drehbahnturm. Wäre schon automatisch mein Favorit von den beiden T28. Aber das kann man dann halt gucken. Zack, 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 zack. Einfach mal alles reinbauen. Wobei, hier habe ich noch gar nicht den großen Motor drin, wa? Bei dem T28-Prot. Ist immer noch 28, 10. Okay. Gibt ja nicht mehr Speed. Wieso? Weil wahrscheinlich Topspeed steht und er deswegen immer automatisch den Topspeed anzeigt, gehe ich mal davon aus. Also ich habe jetzt die beiden Motoren mal hin und her getauscht, die unterschiedliche Motoren Leistung haben. Trotzdem zeigt er mir den Topspeed immer gleich an. Wahrscheinlich den Bestwert. Ja. Was zeigt er denn hier an? Wo haben wir? Mobilität. Engine Power. Hier Topspeed 28, 10. Zeigt er mir auch so an. Ist auch cool, wenn man auf den einen rauf geht, dass er dann die anderen beiden wirklich miteinander vergleicht. sagt mir, okay, im Gegensatz zum T95 sind es 8 mehr, T28 sind 6 mehr. Also es ist eine coole Geschichte. Da kann man wirklich viel machen und auch viel vergleichen. Habt ihr das auch automatisch gleich gesehen. Und beim T95 kommt ein neues, äh, beim T95 sag ich schon, beim Type 5 Heavy kommt eine neue Gun hinzu. 15 cm, 45, 41. Jahr Typ. Die sich dadurch auszeichnet, dass sie wirklich wenig Penetration hat. 75, aber dafür halt, ähm, den Schaden hat. Drei Rounds in der Minute, das heißt 20 Sekunden Nachladezeit. Das ist okay. Das ist KV2 Niveau. Aber wie sich das verhält, ich hab selber noch kein Type 5 Heavy gefahren. Alex, hast du einen Type 5 Heavy so schon in der Garage gehabt, vorher? Nein, noch nicht. Also ich hab keine Ahnung, wie er, ähm, wie der überhaupt sich spielt. Und ich kenn auch nicht den Vergleich, sag ich mal, zum originalen Gun, äh, wenn man den jetzt die ganze Zeit mit der normalen gefahren hat. Wie das jetzt sich, ähm, für einen verändert, wenn man jetzt die HE-Gun nimmt. Aber das kann man halt, wie gesagt, nur testen. Und der dritte im Bunde, werden wir jetzt, äh, werde ich auf alle Fälle fahren, ist der VK. Ja, 72.01p, beziehungsweise jetzt der Panzerkampfwagen 7. Ihr seht es, wenn ich jetzt zwischen Maus und dem hin und her schalte, der ist doch deutlich, oder ich hätte gedacht, dass der größer wäre, aber er ist kleiner. Nicht größer als eine Maus, aber so groß vielleicht wie eine Maus. Aber der ist doch deutlich kleiner. Der Panzerkampfwagen 7. Von daher, ja, einfach mal überraschen lassen. Ist eher zu vergleichen mit dem Löwen, so. Aber gut. Gut, damit das nicht zu langweilig wird, werden wir jetzt erstmal in den Übungsraum, den wir schon eröffnet haben. Und einfach schon mal ein bisschen gucken, wie die Panzer sich verhalten, damit ihr das Ganze einfach schon mal gesehen habt. Alex, willst du deinen TD? Jawohl, ich bin unterwegs. Moment. Bin bereit. Gut. 30 Minuten maximales Zeitlimit, damit wir einfach mal gucken können. Treffen uns in der Mitte und testen das einfach mal aus. Fährst du jetzt zum ersten Mal in den Schweden ab Stufe 8? Genau, weil der kleinste halt Stufe 6 war. Ja. Ich bin halt, ich habe den jetzt halt nur ausgewählt gehabt, um zu testen, wie der Zehner halt sehe ich, so zur Farbe ist. Ja. Also zeigt es dir wahrscheinlich ja jetzt schon an. Auf X wechselst du in den anderen Modus, wo du halt dein Heck hochhebst, beziehungsweise anpassen kannst. Und in dem Modus zielst du. Weil deine Kanone ist halt fest verschweißt. Du hast keinen Richtwinkel, keinen Richtbereich. Du kannst nur gerade ausschießen in die Richtung, wo deine Wanne hinguckt. Das ist ein Gameplay, was ich momentan auch noch nicht auf dem Kasten habe. Da bin ich einfach mal ehrlich. Oh, verdammt. Weil es ist doch sehr ungewöhnlich. Oder ungewohnt. Nennen wir es so. So, ich werde mal nicht gleich das Feuer auf dich eröffnen. Beziehungsweise kurz. Also du siehst, das dient nicht zum Hochgucken, sondern eigentlich, wenn du nochmal, komm mal nochmal zurück. Dann fangen wir nochmal zurück zu deiner Basis. In dem anderen Modus. Weil du siehst, du bist nicht so mobil. Und du bist rückwärts, glaube ich, auch sehr schnell. Also du musst gar nicht mal umdrehen. Und es dient halt, um diesen Panzer bei so Senken einzusetzen, praktisch bündig mit der Kuppel über die Kuppel zu schießen, zu gucken. Und dadurch brauchst du halt, weil wenn du mal reingeguckt hast, der hat fast einen Hauch von nichts an Panzerung. Braucht der aber nicht, weil der halt diesen extremen Winkel hat. Das heißt, du versuchst dich hier an solchen Positionen ranzustellen mit diesem Modus und versuchst dann vorsichtig gerade so über den Boden zu gucken. Und dafür ist das Ganze, dass du halt dein Heck anheben kannst, angleichen kannst. Du musst natürlich aufpassen, dass du nicht zu weit fährst, weil wenn man deine Wanne reinkriegt, dann ist es eigentlich sehr ungesund. Und dadurch, dass du dann dich so halt stellst, hast du halt ein, ja, bist du halt wie eine verlängerte Ebene, wie der Boden selber. Und dadurch prallt da halt sehr viel ab. Der Reload an sich gefällt mir. Kommt man ja mit dem KV-2 eigentlich auch schon gut mit klar. Und ich bin bei 16,51 Sekunden mit Lüftung und mit Waffenbrüder. Das ist natürlich heftig. So gut komme ich nicht mal mit dem KV-2. Also das im Nahkampf, das wäre schon ganz interessant. Ich bin leider gerade beim 8er, also ich bin noch nicht so weit. Was sagst du zu dem Modus, also zu dem Panzer? Es ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig an sich vom Ziel-Eigenschaft her. Ja. Dass sich selbst Kettenrad halt sich bewegt tut. Dann noch den Ziel-Modus an sich halt, ja, wartet man halt zwei Sekunden, dass er sich jetzt erstmal aufrichtet. Ja. Und das nächste ist halt von dem Schuss-Reihenfolge. Knapp sechs Sekunden. Fünf Sekunden. 91. Mit Waffenbrüder und halt, äh... Wie war das denn? Du hattest ja gesagt, du hast alle die Free XP genutzt, gerade bei DMTD, um alle Fertigkeiten und Perks freizuschalten. Genau. Das heißt, der ist schon Maximum, mehr geht da nicht. Und, äh, wie du wahrscheinlich gesehen hast, du schießt mit AP-CR. Als Standard-Munition. Das heißt, ähm, das ist auch nochmal eine ganz andere Eigenschaft, als die normalen AP-Mumpel. Mhm, ja, genau. 458. Merkst du, das Aimen ist nicht so ganz so leicht, ne? Dann lasse ich mich mal probieren. Ich war's bei dir kaputt gemacht, weil er gesagt hat, Critical Hit. Oder war das gerade, weil du bei mir... Das ist mein Nachteil, ich verstehe Englisch nicht so wirklich gut. Ähm, naja, wenn er sagt, Critical Hit, heißt, das ist ja die englische Sprachausgabe gerade. Bedeutet das ja, dass er, äh, Modultreffer gemacht hat oder so. Und jetzt weiß ich nicht, ob der gerade mich gemeint hat oder ob er dich gemeint hat. Was ich weiß, ist, dass ich halt, äh, den Ausguck vom Kommando halt, äh, gezielt habe. Ja. Im Geschoss haben. Einstiegskanzel. Gut. Wer kann man dazu im Prinzip auch nicht zeigen? Ich kann euch die Werte gleich nochmal, äh, äh, zeigen bei der Gun. Dass man, dass man das mal sieht, HE Gun, 75, 75, ob jetzt, äh, HE oder Hash. Ähm, 1100 zu 1400 Schaden. Und, ja, die Nachladezeit gefällt mir für ein Zehner. Aber, ja, 75, Penetration und 4, 500er Shellen, wenn man nicht, äh, komplett durchbricht. Ja, das ist auch so. Klar, das ist, kann, man kann damit, äh, Kanonen kaputt machen, äh, Besatzungsmitglieder töten und so weiter. Das kann schon echt pervers sein. Ah, weiß noch nicht. Muss man mal gucken. Ist auf alle Fälle sehr interessant, dass ich es jetzt reinbringe. Ähm, jetzt würde ich gerne mit dem T95 einfach mal gucken. Die Geschwindigkeit. Hast du da was Passendes zu, was wir, oder etwas, was du dir gerne anschauen wollen würdest? Entweder die Grille 15 oder den Arti Franzose. Äh, ja, beides nicht so passend. Aber dann immer die Grille. Okay. Schickste, was dir hier auf Malinovke übrig bleibt, als T95 ist, ist ans Haus zu fahren und zu hoffen, dass du irgendwann mal irgendwo ein Ziel reinkriegst. Sofern du einmal auf bist, dann hagelst, ausgenommen, du hast eine Runde, wo keine Arti ist, dann ist es natürlich was anderes. Aber sofern eine Arti im Spiel ist, bist du das erste Ziel. Gucken wir mal, was die 7 kmh jetzt ausrichten. Ja. Fühlt sich gleich komplett anders an. Komm, zügig komme ich aufs Feld. Gar nicht, ich brauche gar nicht so lange. Gerade jetzt auch so Malinovka, wenn die Scouts durchgedrückt sind, teilweise auf der richtigen Position oder sie machen mal wieder Suizid. Ähm, musste man doch, äh, ja, warten, bis man auf der richtigen Position ist. Mit dem T95. T95, teilweise warst du nur was für den zweiten oder dritten Schuss. Ich glaube, das wird sich jetzt stark ändern, wenn man dementsprechend so mobil ist. Bei der Drehung war der schon sonst immer, ähm, ich habe zwar nicht hier meist am Bremshebel ausgeforscht, geskillt, aber ich habe auch mich schon sehr oft verschätzt beim T95, weil der doch schneller gedreht ist, als ich dachte. Hattest du die Grille schon, Alex? Nein, noch nicht. Wie findest du sie jetzt unmobil? Ähm, schwer zu sagen. Also, im Gegensatz zu den anderen, äh, Jagdpanzer, finde ich den schon ziemlich schnell. Ja. Vor allem halt wegen der immer hohen, äh, äh, Winkelricht, äh, Richtung. Ja, den negativen Gunneigungswinkel, also Gun Depression oder der positive, äh, Kanonenneigungswinkel nach oben. Aber das sind so Sachen, die wurden ja auch, äh, genervt und trotzdem ist er ja immer noch ein sehr brauchbarer, äh, Panzerzerstörer. Ich finde es gut, wenn sie Fahrzeuge dementsprechend anpassen, ähm, und sie, gerade was Panzerzerstörer angeht, mehr zu Panzerzerstörern machen. Und ich, ähm, weil klar, das ist einfach das Gesetz des Gleichgewichtes. Der, die Grille ist mobil, dafür hat sie halt kaum Panzerung. Bestes Beispiel dafür ist dieser Quatsch bei World of Tanks immer, dass du auf irgendwelche, äh, Blenden schießen kannst und Schaden machst. Praktisch deine Kanonen, äh, äh, Bleche, links, rechts, die normalerweise würdest du mit einer Granate durchrasseln und die würde hinten sonst wo reingehen. Aber naja. Weak Points beim T95 sind immer noch die gleichen, wenn du vor, wenn du den vor dir hast, entweder die Einstiegsluken oder du versuchst dem die Kette zu ziehen und fährst um ihn rum oder sowas. Ansonsten musst du schon extrem Durchschlag haben, wenn du da was machen willst. So an sich finde ich es aber gut. Ist nicht mehr so die lahme Schildkröte, wie man sie irgendwo vielleicht kennt, gerade wenn man sie besitzt. Muss ich sagen, gefällt mir. Ermutigt mich, die, den Strang auch mal weiterzumachen irgendwann. Kanone zerstört? Ehrlich? Ja. Aha. Furchtig, kein bisschen auf die Kanone geballert habe, aber ist egal. Flash drei Schüsse. Ja. Jetzt ist mein, äh, Commander angeschlagen. Einstiegsluken halt gezählt gehabt, anscheinend getroffen. Kein Schaden. Aber kein Schaden. Nur der, äh, äh, der Richtspiegel, der, der Seeschlitz war beschädigt. Gut, und in der nächsten Runde schauen wir uns dann mal die Deutschen an, beziehungsweise den Bollwerkmodus. Also, bleibt dran. Also, bleibt dran. Vielen Dank.